Willkommen zurück, Leute, bei Zelda Lynx Evercanning. Ich glaube, ich weiß, wo ich hin muss. Ich hab mir nämlich meinen letzten Part angeguckt und hab da was gesehen. Arschis. Nein, ich will nicht die Treppe runter. Ich hab schon lange nicht mehr gespielt. Also wenn ich jetzt feile an einem Stück, dann kann ich's nachvollziehen. War hier der Raum mit den Bomben? Ja. Genau hier möchte ich hin. Und ich möchte genau... Lass das. Hier eine Bombe legen, denn... Das Teil, da ist ein riesiger Pfeil. Ich bin so blöd. Ah! Guck mal, das ist ein riesiger Pfeil. Guck, guck, guck. Könnt ihr es sehen? Ihr habt es bestimmt alle gesehen und dachtet euch, hmm... Das ist ja ein Pfeil! Oh Mann. Ja klar. Ich hasse euch auch. Oh, das sind Löcher. Okay. Haben wir einen Schlüssel? Ja, Gott sei Dank. Sonst hätte ich geheult. Hätte ich wirklich? Mhm. Verpiss dich. So. Ich erkenne diesen Raum wieder. Entweder wir gehen jetzt durch die Schlüsseltür. Achso. Ähm, Boomerang. Äh, Quatsch. Enterhaken meine ich. Hehehe. Ich bin weitergekommen. Ganz allein. Das bringt total oft was, wenn man selber spielt. Au. Und dann im Nachhinein seine Parts nochmal anschaut. Weil dann fallen einem Sachen auf, die einem vorher nicht aufgefallen sind. Hm. Dümdümdürüm. Nein. Box aus! Aber, 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 aber ich hab keinen Schalter. Ernsthaft jetzt. Wie soll ich dich denn mal siegen? Jetzt, du Penner, hau ab, Mann. Was? Was? Nein, ich stehe jetzt nicht bei dir. Ich find doch nie wieder den Weg. Ich will mein Schild. Was? Was? Ehrlich jetzt? Ich hab ne E-Mail. Hahaha. Wo kann ich jetzt noch so nen blöden Schalter aktivieren? Ich weiß das doch nimmer. Gleich sterb ich. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ach. Am sevenej�umeister. Ah. 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 Äh... Hm. Hm hm hm. Ah... Du Arsch! Verdammt. Ja gut, dass ich jetzt schon voll tot bin, ey. So kann ich das vergessen. Nein, guck mal! Ich brauche einen Schalter! Wo befinde ich mich denn jetzt? Ich besiege den jetzt trotzdem. Ich versuch's zumindest. Hehehehe. Ja hallo! Steh halt auf, du blöder Penner! Link, ich hasse dich! Mehr als alles andere auf dieser Welt! Hehehehe. Wo war denn ein Schalter? Ich hab wirklich schon seit zwei Wochen nicht mehr gespielt. Meine hier einer? Nein. Wo war denn ein Schalter? Wunder okay! Oh Gott! Ich h пес nie wieder so lang nicht auf! Nie wieder. Jetzt bleibelt stehen, du blöder Penner! Oh, Mann. Oh, Gott. Ich hab nicht auf die Uhr geguckt. Aber ich weiß ungefähr, wann ich aufgenommen hab. Nein, weiß ich nicht, denn das wär jetzt schon 35 Minuten her. Und das wird zweifelig. Nee, 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 nee. Tchub, tchub. Ja, klar. Halt still. Au. Fee. Schon wieder? Ehrlich? Ehrlich, ehrlich. Ehrlich. Oh nein, oh nein. Ja, guck mal, kann ich töten. Hey, Sonne, oder? Ja, Sonne. Ah! Es gibt keinen Schalter. Ich muss auf links. Quatsch, Pfeile wollte ich. Auchal. Oh, wow. Wenn der mich jetzt gesehen hätte, wiegen die Schlange. Au, au! Fee? Richtig ne Fee? Yeah. Das ist übrigens voll komisch. Ich dachte heute, dass ich um halb elf aufgestanden bin, aber es war in echt halb zehn. Ja, das kann ich erst später halt holen. Den Schlüssel dort in diesem Raum. Hm, hm, hm. Wo gibt's denn einen Schalter? Ey, nö. Du kommst nicht an mir vorbei, ach verdammt. Nimm deine Stange mit. Gut. Aber hier gibt's auch keinen Schlüssel oder sowas. Voll die Verarsche, es gibt keinen Schalter. Warum sind da eigentlich immer alle Gegner wieder da? Das ist total blöd. Boomerang. Ach, Quatsch. Interhaken. Wieso sag ich immer Boomerang zu dem Ding? Oh, Mann, ey. Tja. Ich hab jetzt nur noch einen einzigen Weg. Wo ein Schalter sein könnte. Und zwar den da. Springen. Springen. Aber hier waren doch so Eisblöcke, oder? Ja, genau. Hm. Nö, keine Ahnung, Dude. Dann muss ich wohl erst Boxers besiegen, auf jeden Fall. Hm. Komische Sache. Vielleicht gehen dann die Dinge auch automatisch runter. Weil sonst könnte man ja einfach den Block wegschieben irgendwie, oder so. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ahaha, ich hab dich mit meinem Schwert getroffen. Oh, verdammt. Boah, das war knapp. Ich hasse euch. Was bringt der Raum hier eigentlich? Irgendwie nichts. ...irgendwie nichts. Interhaken! So. Boah, das war knapp. Puh, das war auch knapp. Oh Gott, oh Gott. So, ich würde sagen... Oh Gott, wir sehen uns das nächste Mal hier wieder. Ich bedanke mich fürs Zugucken und adios. was. Bis zum nächsten Mal.